Hallo und herzlich willkommen zu Wort und Musik hier in der Kirchengemeinde Heide zu unserer Wochenendandacht. Wir sind beisammen und wollen einen kleinen Moment auf Musik hören, auf Worte hören. Uns begleitet jetzt in diesen Tagen der Dichter und Theologe Dietrich Bonhoeffer mit verschiedenen Texten, mit Gedanken dazu und das alles gerahmt in unserem gewohnten Rahmen. Wir beginnen. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer an den Radiogeräten oder sonst zu Haus. Heute ist Samstag, der 2. Mai und morgen wären auch bei uns in Heide die ersten Konfirmationsgottesdienste. Viele junge Leute haben sich fast zwei Jahre lang vorbereitet, um jetzt an diesen Wochenenden eingesegnet zu werden. Eigentlich hatten sich die Familien lange, lange darauf vorbereitet. Wahrscheinlich alle, wie sie da sind, längst schon ihre Kleider und Schuhe gekauft und Dekorationen vorbereitet, viele Einladungen ausgesprochen und für ein großes, schönes Fest alles fertig gemacht. Das wird in diesem Jahr so nicht sein können. Wir werden vermutlich im ganzen Jahr keine Konfirmationen, so wie wir das aus den Jahren zuvor kennen, feiern können miteinander. Das ist für die Familien und für die jungen Leute ein echter Einschnitt und ein großer Verzicht. Ich habe in der Vorbereitung auf unser kleines Format Wort und Musik nochmal nachgeschaut, was meine Konfirmandinnen und Konfirmanden, die jetzt in den nächsten Tagen eingesegnet hätten werden sollen, was die sich überlegt hatten für ihren Vorstellungsgottesdienst. Den jungen Leuten aus meiner Gruppe war es wichtig, sich vorzustellen mit einem kleinen Wort aus der Bergpredigt, aufgeschrieben bei Matthäus im siebten Kapitel. Ich lese uns das mal vor, was der Predigtext für die Predigt der Konfirmandinnen und Konfirmanden in diesem Jahr gewesen wäre, aus meiner Gruppe. Jesus spricht, Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, dass ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers? Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge? Sieh doch, in deinem Auge ist dein Balken. Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Jesu Worte aus der Bergpredigt für unsere Konfis in diesem Jahr das Leitwort, mit dem sie sich der Gemeinde vorstellen wollten. Es war unseren jungen Leuten wichtig, sich einzusetzen für ein gutes Miteinander. Dafür, dass man sich nicht über andere erhebt und sie beurteilt oder gar verurteilt, ohne sich wirklich einfühlen zu können, ohne zu verstehen, wirklich zu verstehen, was den anderen bewegt, was seine Sorgen sind, seine Ängste, vielleicht auch, wo Einschränkungen sind, die dem anderen das Leben schwer macht. Es war ihnen wichtig zu sagen, das geht nur miteinander, nicht gegeneinander. Es war ihnen wichtig, sich gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, gegen Verurteilen einzusetzen. Und das Feld war groß. Sie wollten sich gegen politische Abwertungen im Gespräch miteinander einsetzen. Sie wollten sich auch, wie die jungen Leute miteinander, wenn sie an den Schulen so etwas wie Mobbing erleben, auch dagegen wollten sie ein Statement machen. Sie wollten das interreligiöse Gespräch hochhalten und nicht den anderen verurteilen, obwohl man ihn gar nicht richtig kennt. Sie wollten sich einsetzen dafür, dass es sich lohnt, noch einmal genau hinzuschauen, dass nicht das Äußere alles sagt und für Urteile herhalten kann. Also, sie wollten sich einsetzen für ein gutes Miteinander. Wenn ich erlebe, wie die Diskussionen jetzt, wie wir mit den Einschränkungen umgehen, wie wir mit der Pflicht jetzt, Gesichtsmasken zu tragen, wenn wir einkaufen gehen oder in irgendwelche Veranstaltungen gehen, wie darüber geredet wird, dann merke ich, dass der Ton sich verändert. Es wird wieder schroffer miteinander und übereinander geredet. Und ich bin da ganz bei meinen Konfis. Ich finde, es geht nur miteinander. Ganz besonders in dieser Zeit der Krise, in der es so wichtig ist, dass wir einander gut im Blick behalten und dass wir gerade und besonders die Schwächeren gut im Blick behalten. Denn wenn ich irgendwas verstanden habe von diesen ganzen einschränkenden Maßnahmen bis hin zur Pflicht des Tragens einer Gesichtsmaske, dann geht es dabei in all diesen Einschränkungen darum, dass wir gerade die Schwächeren schützen, die, die sich nicht gut selber schützen können, die so angewiesen darauf sind, dass die ganze Gesellschaft Rücksicht nimmt. Die Älteren, die Menschen, die eine Vorerkrankung haben, die Menschen, die mit gesundheitlichen Einschränkungen zu leben haben, sei es nun Asthma oder eine vorherige Krebserkrankung oder irgendetwas, was auf den Herz-Kreislauf-Apparat oder auf die Atmung schlägt. Das ist ja völlig unabhängig vom Alter. Das kann ja auch die jungen Leute so treffen, ohne dass man es von außen sieht, dass es wichtig ist, dass die Gesellschaft Rücksicht nimmt, dass jeder von uns eine Gesichtsmaske trägt, dass jeder von uns auf diese Hygiene- und Verhaltensmaßregeln achtet, damit gerade auch die Schwächeren noch teilhaben können am gesellschaftlichen Leben, dass sie eben nicht verknackt werden dazu, sich völlig zurückzuziehen, weil es zu gefährlich wäre, für sie am Leben teilzunehmen. Deshalb bin ich bei meinen Konfis, wenn ich sage, lass uns eintreten für ein gutes Miteinander, für ein vorurteilsfreies Miteinander, für rücksichtsvolles Umgehen miteinander und darauf, dass wir genau hinschauen und sehen, wie es dem anderen geht. Dass wir miteinander das Leben bestehen, weil Gott uns dafür seinen Segen geben will. Wenn wir den anderen gut im Blick haben, dann geht es in all dem, was wir da tun, um das höchste Gebot, das Gebot der Nächstenliebe und der Gottesliebe, die so eng miteinander verschränkt sind, dass sie ohne einander nicht zu denken sind. Also mit den Konfis ein Plädoyer für den Gottesdienst im rücksichtsvollen Miteinander, dass wir auf den anderen sehen und dass wir achten aufeinander. So wünsche ich Ihnen in all dem, was jetzt in diesen Tagen schwierig ist, auch in dem, worauf Sie jetzt verzichten müssen, obwohl es so schön gewesen wäre, wie zum Beispiel die Konfirmationen, die jetzt angestanden hätten. Wer weiß, welche Familienfeier jetzt gerade so nicht stattfinden kann. In all dem wünsche ich Ihnen das Wissen und die Gewissheit, dass Sie nicht alleine sind. Gott ist an Ihrer Seite und wir alle miteinander versuchen, so gut es geht, zusammenzuhalten, indem wir rücksichtsvoll sind. So bleiben Sie gesegnet und behütet. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.